Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei BILDNER TV. Habt ihr euer Chromebook schon mal gefragt? Ohne Finger, wie das Wetter wird? Oder wolltet ihr von eurem Chromebook schon mal wissen, wann der nächste Flieger nach Teneriffa geht? Auch ohne Finger? Dann nutzt ganz einfach euren Sprachassistenten. Den kann man nämlich auch auf dem Chromebook aktivieren. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt gleich Schritt für Schritt in diesem Video. Hallo, ich bin der Thomas. Willkommen hier bei uns bei BILDNER TV, euer Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Sprachassistenten, die kennen wir in der Regel vom Smartphone. Wenn wir sie nutzen, dann am ehesten so am Handy, also ich zumindest und ihr vielleicht auch. Wie ihr die oder den Google Sprachassistenten bei euch am Handy nutzen könnt, dazu gibt es schon ein spezielles Video. Den Link dazu blenden wir euch ein. Heute soll es aber darum gehen, dass wirklich auch ein Sprachassistenten hier in diesem Chromebook wohnt. Und den wollen wir aufwecken, um möglichst ohne Hände dann uns die wichtigsten Fragen beantworten lassen zu können. Zunächst brauchen wir aber noch die Hände, denn es geht erstmal an die Maus. Wir wollen nämlich erstmal checken oder euch zeigen, wie ich überhaupt erkenne, ob denn der Sprachassistent momentan schon aktiv ist bei mir am Chromebook oder eben nicht. Dazu gibt es einen ganz einfachen Test und zwar nutzt ihr die Tastenkombination Suche plus A, also die Suchtaste plus A und dann erscheint gleich hier der Vermerk Google Assistant. Ich zeige es euch nochmal kurz. Google Assistant spricht diese Sprache nicht. Was meint er denn damit? Denn wir haben ja hier schon als Sprache, und das sieht man auch gleich bei den Einstellungen, Deutsch hinterlegt bei unserem Chromebook. Aber das reicht hier nicht, um den Sprachassistenten wirklich schon arbeiten zu lassen. Das heißt, wir gehen jetzt zunächst mal in die Einstellungen. Bevor wir in die Einstellungen gehen, zeige ich euch noch einen zweiten Hinweis, dass der Google Assistant nicht aktiv ist. Und zwar im linken Bereich, unten links, seht ihr den Kreis hier im sogenannten Launcher, der ist noch leer. Auch das wird sich noch ändern. Wir gehen in die Einstellungen. Und hier in den Einstellungen brauchen wir den Bereich der Sprachen und Eingaben. Und hier bei den Sprachen, einmal klicken, und hier müssen wir die Sprache des Gerätes abändern. Und zwar auf Deutsch, Deutschland. Deutsch allein reicht nicht. Wir brauchen die exakte Zuordnung, Deutschland, warum auch immer, ich weiß es nicht. Das wählen wir aus, bestätigen wir. Und jetzt wird unser Chromebook neu gestartet. Da gibt es ein kurzes, also ein Restart, dauert nur wenige Sekunden, und dann können wir auch gleich wieder weitermachen. Nach dem Neustart gehen wir jetzt wieder in die Einstellungen. Und hier in den Einstellungen hat sich kurz was geändert. Oder diese Änderung Suche und Assistant taucht jetzt neu auf, nachdem wir die Sprache exakter ausgewählt haben. Und hier unter Suche und Assistant können wir bei Assistant klicken und jetzt den Google Assistant aktivieren. Und jetzt müssen wir oder jetzt will eben das Google, dass wir unsere Stimme noch auf das Chromebook trainieren oder umgekehrt das Chromebook auf unsere Stimme trainieren. Den Vorgang kennt ihr vielleicht schon vom Smartphone. Also hier muss ich kurz zustimmen. Voice Match ist bereit. Und ich muss das jetzt nicht nochmal ausführen, weil ich ja bei anderen Geräten schon meine Stimme hinterlegt habe. Aber ich zeige euch das nochmal. Normalerweise werden wir eben gefragt bei diesem Training. Das funktioniert wie folgt. Hier werden wir aufgefordert. Sagen Sie OK Google. Nochmal. OK Google. Jetzt Hey Google. Und ein viertes Mal Hey Google. Jetzt hat sich der Assistant auf meine Stimme eingestellt. Und wenn wir jetzt in unseren Launcher unten links schauen, seht ihr wie folgt. Ist der Kreis eben ausgefüllt. Und das ist für mich das Zeichen. Im Grunde ist es das Zeichen Google hört mit, in Anführungszeichen. Denn jetzt ist der Assistant, der Sprachassistent aktiviert. Und somit verfolgt im Grunde das Gerät immer, was ich spreche. Und sobald ich eben das Codewort nenne, OK Google, dann seht ihr, wird er aktiv. Also das muss man immer wissen, wenn man diese Sprachassistenten, ganz egal welcher Firma, aktiviert. Man wird immer quasi in Anführungszeichen abgehört. Denn natürlich verfolgt das Gerät die Stimmen und achtet auf bestimmte Codewörter in diesem Fall. Das zur Beachtung. Also ihr könnt aber auch dieses permanente Zuhören hier bei diesem Sprachassistenten auch ausschalten. Dann könnt ihr nur bei bestimmten Bereichen diese Aufnahme oder das Zuhören wieder aktivieren. Das zeige ich euch aber auch später. Jetzt probieren wir erstmal den Google Assistant aus. Und zwar mit einer ganz banalen Frage. Ich habe es ja schon im Intro gesagt, Hände sind weg. Und wir sagen, OK Google, wie wird das Wetter morgen in Passau? Morgen wird es in Passau schneien bei Temperaturen zwischen minus 5 und 2 Grad. Also funktioniert einwandfrei. Und so kann man eben Google immer wieder neue Fragen stellen. Zum Beispiel, OK Google, ist auf der A3 zwischen Passau und Regensburg Stau? Laut Staumeldungen A3 Passau Richtung Nürnberg zwischen Regensburg Universität und Kreuz Regensburg Unfall im Baustellenbereich rechter Fahrstreifen blockiert. Also auch hierzu findet Google eine Antwort oder vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ich kann auch Termine eintragen lassen. OK Google, bitte Termin eintragen am 4. März 14 Uhr Hausarzt. Okay, Hausarzt am 4. März um 14 Uhr. Möchtest du das speichern? Ja. OK, ich habe deinen Termin gespeichert. Dann ist auch dieser Termin in meinem Terminkalender automatisch synchronisiert. Und vielleicht noch ein bisschen was für die Unterhaltung. Da hätten wir auch noch was. OK Google, OK Google, wie heißt das Lied mit der Textzeile Ging nie durch San Francisco mit zerrissenen Jeans? Im Internet habe ich das hier gefunden. Ja, wunderbar. Also Google kennt sich aus. Ich habe euch ja noch versprochen, dass ihr auch den Google Assistant insofern ausschalten könnt, dass er nicht permanent zuhört, sondern dass ihr nur dann mit einem im Grunde Mausbefehl das Mikrofon aktivieren könnt und dann Spracheingaben vornehmen könnt. Bevor wir dazu kommen, aber ein kurzer Tipp von mir. Und zwar schreibt uns doch bitte einen Kommentar. Und zwar, wie geht es euch selbst so mit Sprachassistenten? Was habt ihr damit schon erlebt? Vielleicht gibt es auch ein paar kuriose Geschichten dazu. Dann schreibt uns das am besten jetzt gleich unter dieses Video. Und ihr wisst, mit jedem Kommentar nehmt ihr an unserer wöchentlichen Verlosung teil. Das heißt, jede Woche habt ihr die Chance auf ein Buch aus dem Bildner Verlagsprogramm. Könnt euch dann selber auswählen, welches Buch es denn sein darf. Zum Beispiel unser Buch Mein Chromebook optimal nutzen. Randvoll mit ganz, ganz vielen Tipps rund um euer Chromebook, damit ihr wirklich alles rausholen könnt. Von der Textverarbeitung über Drive, euer Online Cloud und alles, was dazu gehört. Also Kommentar nicht vergessen. Und ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch noch, wie ihr aktivieren könnt, dass Google nicht immer zuhört. Dazu gehen wir wieder in die Einstellungen, Untersuche und Assistant. Gehen hier wieder auf den Google Assistant. Und wir werden hier bei Hey Google, jetzt reagiert natürlich Google wieder, Entschuldigung, hier auf Ausgehen. Schließe ich die Einstellungen und wenn ich jetzt zum Beispiel sage Hey Google, Okay Google, passiert nichts mehr. Aber ich habe trotzdem die Spracheingabe, die Funktion, indem ich hier mit der Tastenkombination Suche plus A eben meinen Sprachassistenten oder den Google Assistant starte. Und jetzt kann ich hier das Mikrofon aktivieren und eben meine Frage einsprechen und dann eben auch den Google Assistant nutzen. Was wollen wir von ihm wissen? Zum Beispiel, ja, wie alt unser aktueller Kanzler ist. Wie alt ist Olaf Scholz? Olaf Scholz ist 63 Jahre alt. Hier kommt die Antwort, ohne dass Google permanent zuhört. Also es gibt hier schon einen Weg, dass man dieses Abhören in Anführungszeichen deaktivieren kann und trotzdem die Möglichkeit nutzt, hier den Sprachassistent auszunutzen. Obwohl man hier natürlich die Tastenkombination braucht und wieder die Maus. Aber gut, da muss jeder so seinen Weg dazu finden, wie er am besten damit umgeht. Ich freue mich über eure Kommentare, über einen Daumen nach oben sowieso. Und natürlich vergesst nicht, BildnerTV zu abonnieren. Dann werdet ihr jeden Tag mit einem weiteren Video aus der digitalen Welt kostenlos versorgt. Denn ein Abo von BildnerTV ist absolut kostenlos. Ich freue mich, wenn wir uns schon bald hier wiedersehen bei uns bei BildnerTV und beim nächsten Video aus der digitalen Welt.